McDonalds Instagram-Profil von Krypto-Betrügern gehackt. Die Kriminellen nutzten das Profil, um einen Solana-Meme-Coin zu bewerben. Innerhalb weniger Minuten stieg der Preis des Grimace-Tokens um 195.000%. Die Marktkapitalisierung erreichte 25 Millionen US-Dollar. Nach kurzer Zeit zogen die Hacker Gelder ab, was zu einem massiven Preissturz führte. Der Scam brachte ihnen 700.000 US-Dollar ein. Die Hacker änderten die Instagram-Biografie auf You have just been rug pulled und dankten ironisch für das Geld. McDonalds erlangte erst über eine Stunde nach dem ersten Hacker-Posting die Kontrolle über das Instagram-Profil zurück. Das Unternehmen löschte alle Beiträge im Zusammenhang mit dem Meme-Coin. Ähnliche Krypto-Scams ereigneten sich in letzter Zeit auch über Promikonten. Diese Meldung erschien zuerst auf unserer Website. Für weitere Informationen zu Kryptowährungen abonniere unseren Kanal oder schau dir das nächste Video an.